Die Menschen wollen alle Tipps für die Börse von mir. Dabei gibt es so viele wichtigere Dinge im Leben als Geld. Gutes Essen, feine Weine oder Musik und schöne Frauen oder Autos. Der einzige Tipp, den ich Ihnen geben kann, genießen Sie das Leben. Wir nehmen Sie mal über Hallowein im Axenal.